In diesen Tagen spricht jeder vom Coronavirus. Die Ein- und Ausreise in einigen Ländern wurde eingeschränkt. Andere Länder haben ihre Grenzen dicht gemacht. Die heiligen Städte Mekka und Medina sind so gut wie leer. Schulen, Universitäten, Sportveranstaltungen, vieles ist aufgrund der Sicherheit geschlossen oder abgesagt. Wir sehen Menschen mit Atemschutzmasken laufen und sich ständig die Hände desinfizieren. Sie achten darauf, nicht die Hand zu geben, um sich bloß nicht zu infizieren. Wir sehen leere Straßen, leere Regale. Die Menschen sind in einem Kaufrausch. Sie stürmen in Läden rein und kaufen die Regale leer, als ob sie sonst verhungern würden. Wir sehen die Wucherpreise auf Desinfektionsmittel, als ob Leben und Tod daran hängen würde. Die ganze Welt ist besorgt und lebt in Angst, als ob es kein Morgen gäbe. Als ob morgen, Jawm al-Qiyama wäre. Sämtliche Vorkehrungen werden getroffen. Angst vor einer Krankheit, Angst vor dem Tod. Ich sage nicht, dass wir uns nicht schützen sollen. Doch wir als Muslime sollten unseren gesunden Menschenverstand benutzen und uns einige Fragen stellen. Mit welchem Eifer und welcher Opferbereitschaft bestreiten wir das Leben? Wie viele Vorkehrungen treffen wir, um uns vor dem Höllenfeuer zu schützen? In einer Überlieferung bei Imam Bukhari sagte der Gesandte Allah, dass die Pest eine Strafe Allahs ist. Für die Gläubigen ist es jedoch eine Barmherzigkeit. Und wenn ein Muslim daran stirbt, gleicht sein Tod dem Tod eines Märtyrers. Subhanallah. Jeder Muslim sollte sich einen Märtyrer-Tod wünschen. Denn das garantiert dir das Paradies. Liebe Geschwister, ob das Coronavirus eine Pest ist oder nicht, kann dir niemand garantieren. Auch kann dir niemand garantieren, dass du als Märtyrer stirbst, wenn es dich trifft. Uns trifft auch nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns bestimmt hat. Jedoch garantiere ich dir, dass Jannah und Jahannam existieren. Und ich garantiere mir und euch, dass eines dieser Orte unser Ende sein wird. Darum sollten wir zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und vor allem hier in unsere Vorkehrungen treffen, damit Allah uns nicht bestraft. Wir sollten alles Erdenkliche Gute tun, um das Paradies zu erreichen. Darin müssen wir erst recht eifern. Darauf kommt es im Leben an. Und genau dafür wurden wir erschaffen. Wir wurden für das Jenseits erschaffen. Nicht für dieses kurze Leben, welches voller Kummer, Sorgen und Krankheiten ist. Und vor allem dürfen wir unsere Geschwister nicht vergessen. Wir sind wie ein Körper. Wir sind wie ein Mauerwerk. Während man hier von einer Corona-Epidemie spricht, haben wir unsere Geschwister in China vergessen. Die immer noch in Umerziehungslagern festgehalten werden. Und man mittlerweile ihre Organe verkauft. Doch darüber spricht niemand mehr. Weil man sich um sein eigenes Leben, um seine eigene Sicherheit fürchtet. In Indien werden immer mehr Moscheen in Brand gesetzt. Und Muslime werden abgeschlachtet und verbrannt. Doch es scheint den Menschenrechtlern nicht zu interessieren. Erinnern wir uns daran, dass drei Millionen Kinder jedes Jahr an Hunger sterben. Und auch darüber spricht man. Menschen, die in einem Kaufrausch waren, als ob der Tod sie ereilen würde. Und sie nur davor wegrennen, sollten nie wieder auf Menschen herabsehen, die vor Krieg und Hunger flüchten. Das, was wir heute erleben, erleben unsere Geschwister tagtäglich und noch viel schlimmer. In den letzten drei Monaten sind einige tausend Menschen an dem Coronavirus gestorben. An Hunger sterben am Tag um die 25.000 Menschen. Das macht im Monat um die 750.000 Menschen. Doch wer spricht darüber? Diese Ungerechtigkeit ist das Produkt des Menschen. Ist der Virus gefährlicher? Oder der Mensch, der die Grenzen Allahs nicht kennt und nur an sich selbst denkt?